Hey, Haukartoffeln! Ein weiteres Animal Crossing New Horizons Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start. Und in diesem Video zeige ich euch ein paar gruselige Geheimnisse, die ihr wahrscheinlich im Spiel noch nicht kanntet. Denn die sind an sehr spezifische Uhrzeiten gebundene, ähnlich wie das Video von gestern. Nur dass es nicht ein bestimmtes Datum ist, sondern bestimmte Uhrzeiten. Und darauf gehen wir gleich ein. Aber bevor wir in die Details einsteigen, möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass momentan ein Glitch die Runde macht, mit dem man sehr einfach größere Items duplizieren kann. Also einmal zwei Items, sowas wie ein großer Fernseher oder größere Fischstatuen, die ziemlich viel wert sind, die aber jetzt in großer Masse dupliziert werden können. Also fallt nicht darauf rein und werdet nicht eure Sternis los, denn diese Items sind momentan eigentlich nicht mehr so viel wert. Man kann sie unendlich oft duplizieren. Und ich weiß nicht, wie schnell Nintendo da hinterher sein wird mit dem Patchen, weil ja momentan alle im Homeoffice sind. Aber die Videos, die ich gesehen habe dazu, haben schon ziemlich viele Klicks auf YouTube. Ich werde euch da jetzt nichts verlinken oder so. Wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr das ja selber herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Ich möchte diese Glitches nicht weiter verbreiten. Aber auf jeden Fall der Hinweis für euch, falls ihr solche Angebote bekommt, seid da vorsichtig. Die Sachen sind jetzt wirklich nicht mehr so viel wert. Aber wo wir gerade vom großen Fernseher sprechen, von 50 Zoll 1x2 Fernseher, den habe ich auch bei mir in der Bude aufgestellt. Und um den wird es jetzt gleich gehen. Denn wir bekommen am Samstag um 3.33 Uhr in der Früh deine kleine Nachricht. Und ich lasse euch da einfach mal kurz mit dir alleine und hört mal genau zu, was das Alien hier zu sagen hat. Und so geht das jetzt noch eine ganze Weile weiter. Ich war sehr überrascht, als ich das das erste Mal gesehen habe. Tatsächlich nur am Samstag, jeden Samstag, 3.33 Uhr in der Früh, also in der Nacht, vom Freitag auf Samstag. Nicht von Samstag auf Sonntag, das ist wichtig. Geht diese Nachricht immer los auf einem Fernseher. Egal, wo ihr den hingestellt habt. Ihr könnt ihn auch draußen aufstellen. Und dann wird eben dieses Alien irgendwelche unverständlichen Sachen labern. In und wieder so ein Raumschiff einblenden. Gruselige Musik. Und dann haben wir wieder diesen statischen Bildschirm. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Außer halt, dass Aliens im Spiel sind. Die gab es ja auch schon in alten Teilen. Vorher gab es ja auch das Raumschiff mit Gulliwa, was man abschießen konnte mit seiner Schleuder. Ist vielleicht auch so ein subtiler Hinweis darauf, dass wir das vielleicht wiederbekommen könnten. Ich glaube, ein Raumschiff als solches können wir auch schon als Rezept von Euphemia bekommen. Aber das ist auf jeden Fall die erste gruselige Sache, die ich euch hier im Video vorstellen wollte. Ich denke mal, viele von euch kannten das noch nicht. Ich habe zumindest noch kein deutsches Video darüber gesehen. Und deswegen wollte ich euch das Ganze mal präsentieren. Das Zweite, was wir uns angucken werden, sind ein paar verfluchte Objekte von Rainer. Ja, Rainer verkauft natürlich auch Fälschungen. Und man kann natürlich sagen, diese Fälschungen sind wertlos. Ich stelle mir persönlich diese Fälschungen super gerne überall auf der Insel auf. Aber manche davon haben noch ein verstecktes Geheimnis dazu. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier die Uralstatue, die gefälschte, die dann in der Nacht leuchtende Augen bekommt und auch schweben kann. Das ist einfach nur ein richtig cooles Teil. Und es gibt noch ein paar weitere, die hier einige versteckte Features aufweisen können. Normalerweise haben wir zum Beispiel hier das Anmutsgemälde. Das sehen wir hier gerade ganz links in der Perspektive. Die guckt so über die Schulter. Das ist ganz normal. Nur, dass hier die Fälschung eben ein bisschen größer ist. Dann haben wir das Furchtgemälde in der Mitte. Da ist die Fälschung so, dass die Augenbrauen falsch herum sind. Aber er hat auch seinen Mundwinkel nach unten verzogen. Und natürlich die Uralstatue, die wir schon gesehen haben. Und es gibt bestimmte Uhrzeiten, zu denen sich dann eben noch was zusätzliches ändert. Zum Beispiel habt ihr hier gesehen, diese Statue leuchtet dann so ein bisschen mehr auf. Und wir sehen gleich um 18.40 Uhr, es ist bei mir deutsche Zeit gewesen, dass sich das Anmutsgemälde umdreht und das Furchtgemälde wird gleich grinsen. Das ist echt cool. Ihr habt es gerade gesehen. Das verändert sich einfach so, ohne dass ich was geschnitten habe, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. 18.40 Uhr bei mir. Ich glaube, es kann sein, dass sich da die Zeiten unterscheiden. Ich habe auch schon bei manchen gehört, dass es um 18.34 Uhr passiert ist. Aber ich glaube, so zwischen 18.30 Uhr, 18.40 Uhr sollte sich bei den meisten das verändern. Und dann nochmal in der Früh wieder zum originalen Zustand zurück. Denn ich habe ja von einigen gehört, als ich die ganzen Fälschungen präsentiert habe, dass bei ihnen zum Beispiel das Anmutsgemälde eigentlich in die falsche Richtung geguckt hat. Und das der Grund für die Fälschung war, um das zu unterscheiden. Es ist aber so, dass die Fälschungen eben an sich schon ein Merkmal aufweisen dafür, dass sie Fälschungen sind und dann eben noch ein zusätzliches Feature bieten, dass sie sich zwischen 18.30 Uhr und 6.00 Uhr in der Früh nochmal auf mysteriöse Weise verändern. Das Anmutsgemälde blickt in die andere Richtung. Das Furchtgemälde grinst, verschmitzt und die U-Halt-Statue leuchtet auf. Und dann haben wir noch das Perlengemälde, was ich euch leider hier nicht zeigen kann, weil ich die Fälschung davon nicht habe. Das ist die Frau mit dem Sternohrring. Die schließt auch nochmal ihre Augen in der Zeit. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ihr bei Rainer einkaufen geht, eben nach 18.30 Uhr, dass dann auch diese Gemälde eben schon diese Merkmale aufweisen. Und es deswegen sein kann, dass ihr zwei unterschiedliche Merkmale habt bei den Fälschungen und eben nicht nur die, die auf der Seite angezeigt werden, die ich damals verlinkt habe. Also hier nochmal aufgepasst. Und ein sehr, sehr cooles Feature. Das habe ich selbst erst vor kurzem Erfahrung und hat mich total geflasht. So lohnen sich die Fälschungen wirklich nochmal um einiges mehr. Zumindest die, die eben diese mysteriöse Veränderungen aufweisen. Also falls ihr da auf der Suche seid, Perlengemälde, Uralstatue, Anmutsgemälde und das Furchtgemälde könnt ihr euch so oder so kaufen. Denn auch wenn ihr nur die Fälschung erwischt, habt ihr immerhin noch was Cooles bekommen. Dann haben wir nochmal einen kleinen Hinweis auf den Buhu, den Geist, der natürlich auch thematisch hier sehr gut ins Video passt. Und hier könnt ihr halt theoretisch die Geistfragmente behalten. Allerdings nur, wenn ihr nicht mehr mit ihm redet, nachdem ihr die Aufgabe bekommen habt. Aber auch dann muss man sagen, verschwinden die Sachen einfach so aus dem Inventar. Falls ihr einmal wieder mit ihm geredet habt, nachdem ihr die fünf Fragmente habt, dann kommt ihr da nicht mehr raus. Ihr könnt so oft, wie ihr wollt, sagen, ich behalte sie. Ich habe es glaube ich 50 Mal gemacht. Ich durfte trotzdem nicht. Irgendwann mal musste ich sie ihm leider doch zurückgeben. Ja und das war es im Prinzip schon wieder mit dem Video. Ein paar gruselige kleine Mysteries, die ich euch nochmal mitgeben wollte. Ich hoffe, ihr kanntet die noch nicht und ich konnte euch was Neues zeigen. Das war es auf jeden Fall erstmal mit dem Video. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich finanziell mit einer Kanami-Geschaft unterstützen. Vor allem an Annika, der Prophet, Chris, der Blackout, Tyson of Us, der Joker, René, Flying Fussel, Matze, Papa Joe, Robin, Tamara, Markus, Cito, Gerhard, Gin, Marcello, Ralf, Shark, Tristan, Alex, TDB, Big Chris TV, Sandy Melsny, Zaza, Julian, Lilla, Sassan, Dario, Soldier, Franzi und Freaky. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, cut und ciao.